Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Liste. Wir sind wieder zurück im Pazifik auf der Seite der Alliierten und stürmen gegen die verteidigen japanische Kaiserreich an. Und ja, ich muss etwas lachen, denn ich habe gerade... Das ist der zweite Aufnahmeversuch, es ist der zweite Aufnahmeversuch, denn die Aufnahme davor, die war so ein bisschen verhext. Ich bin ebenfalls gestartet hier mit der Buffalo, das erste einigermaßen richtige Flugzeug hier im Pazifik. Und ja, aus irgendeinem Grund hat dann die Maschine nach links unten gezogen. Ich habe die komplette Kontrolle verloren und wir sahen ihr beim Abstürzen zu. Dann lief das ganze Gameplay auch nicht so gut und während der Hälfte, so sagen wir so nach 10, 15 Minuten, erstmal das Game, freeze, abgestürzt, Spiel beendet, Spiel neu gestartet und hier sind wir. Also ein ganz normaler Tag in Enlisted. Ah, so krass ist es auch nicht, aber es war schon... Naja, was willst du mal? Schön, die waren schön schlecht geworfen, so wie wir es kennen. Ich muss mit der Buffalo erstmal warm werden, ich habe die noch nicht so lange. Ich habe gesehen, dass der ausgestiegen war, ich wollte den Assist haben. Habe ihn nicht bekommen. Ja, was mir an dieser Maschine so auffällt, ist, die haben hier kein Glas reingemodelt. Oder zumindest sieht das hier einfach nicht gut aus. Alleine vielleicht liegt es auch nur in diesen Griffen, die einfach so nirgendwo hängen. Ich muss mal hier nach der Aufnahme, wenn ich irgendwo nochmal spiele, muss ich nochmal gucken, ob die anderen Flugzeuge, ich bin der Meinung, in den anderen Flugzeugen ist ein Glas gemodelt. Weil hier fehlt es. Das Ding ist doch nicht in echt offen. Der würde ja so viel Zugwind ins Gesicht bekommen, dann sieht der ja gar nichts. Ist das Ding offen, hätten sie ja keine Kanzel drum herum gebaut, oder? Oder Kuppel? Nennt man das hier Kanzel? Nee, Kanzel ist das nicht, ne? Hauen die mal da rein. Wow. Na ja, mal hin. Wir mal hin. Da stand eine Tasse. Wie auch immer das Ding es ausgehalten hat. Bisschen reinsprayen. Hochziehen, hochziehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Steht denn da? Ist da ein Check. Check-Off-List. Ist ja cool. Also, da kann man sagen, was man will, ne? Also an Detail-Treue, gerade so an Flugzeugen, macht Entlisted einiges richtig. Ich weiß es nicht, ob die in War Thunder auch so sind. Ich glaube, in War Thunder gibt es ja auch eine Cockpit-Ansicht. Dann haben sie es ja einfach nur übernommen, ist egal. Was ist denn das für eine Stange, die da vorne rausguckt? Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. War die schon immer da? Die da? Ist das eine Antenne? Das irritiert mich, das ist mir nicht aufgefallen. Das irritiert mich auf jeden Fall gerade. Na gut. Wollte schon Mund haben. Hm. Ah, mal ein bisschen reinhalten. Vielleicht treffen wir was. Okay, pass auf, wir machen noch einen an den Flug und dann steigen wir aus. Das hat ja keinen Sinn hier. Wenn niemand mal was anzeigen mag oder so, dann gehen wir halt zu Fuß. Oder wir stürzen vorher ab. Wer weiß. Wer auch immer da auf mich geschossen hat. Er hat auch immer den Motor getroffen. Das will ich auch nochmal machen. Auf diesem Flugzeugträger landen. Das hat er auch noch nicht gemacht. Also auf jeden Fall ist das Ding deutlich schneller gefühlt unterwegs, wie dieses komische Wasserflugzeug, was man da vorher hatte. Ich glaube, das Ding flog wie nur 180 oder so. Hoch. Hochziehen. Ach komm, wir steigen aus. Tschüss. Tschüss. Schlage Einsatz zu Fuß vor. Oh Gott. Hä? Wieso sind hier so viele Japaner und wieso... Wo kommt ihr denn? Hä? Wieso waren denn so viele von denen hier und von euch? Das ist alles heute sehr merkwürdig. Entlisted macht heute merkwürdige Dinge. Seht ihr das? Was ist denn das? Das ist ja. Entlisted macht heute merkwürdige Dinge. Okay. Solange wir was zum... Solange wir drüber lachen können. Geht's ja noch. Ja, jetzt muss man auch ein bisschen Gas geben, da wäre man auch ganz gut gemacht. Ach, Alter. Du stehst da, warum schießt du denn nicht auf die Kollegen? So, hier geschehen heute komische Dinge. Geht's ja noch. Wow Das ist dieser Kirchenturm Starten wir mit Rafael Serrano Halt Wechsel die Waffe Alter, wie oft soll ich noch die 1 drücken Alter, das ist der jetzt Ja, man, die hängt hier unten wieder fest Das ist wieder so geil Natürlich hat dieser Trupp auch nur einen einzigen Pionier Ist der jetzt wieder reingelaufen, oder? Das ist genau wie es Ist jetzt auch nicht für die beste Deckung Äh, da solltest du nicht langlaufen Tja, Entschuldigung Hier haben wir einen mit Maschinen Ach, der hängt auch hier fest, ne? Alter Was ist denn hier heute los, ey? Wieso hängt hier alle da unten fest? Oh, da kommen Erinnerungen hoch Ja, mit einer Browning auf Ey, jetzt ist der da schon wieder runtergelaufen Ich krieg hier noch einen Anfall heute Unsere Jungs erobern die Position Wir gehen mal hier unten lang Wir sagen, wir kriechen hier unten lang Kannst du hocken? Ja Okay, ein bisschen schneller Man braucht kein Aim Man braucht nur Glück Ich hab mich jetzt so erschrocken gehabt Dass da jemand stand Dass ich nicht zu spät gesehen hatte Dass der zu uns gehört Aber egal Gibt ja hier kein Friendly Fire mit Granaten oder so Außer mit Phosphor Und Feuer Wo hocken die denn hier? Oben wahrscheinlich, wa? Ach, da sitzt er Ach, komm Seid doch oben Hocken, so Wir sitzen jetzt auch mal und spawnen Der Alexander Barrycloth Wird jetzt einen spawn setzen wollen Tun machen Ich krieg keine Punkte heute zusammen, ne? Nicht irritieren lassen Ich setze dir nur ein paar Sandsagente Man weiß ja nie Jetzt versuchen wir einen weiteren Angriff Für diejenigen, die euch die Munition brauchen Jetzt ist die Tür zu Wer macht denn da die Tür zu? Ich dachte, das war zuerst aber offen Wie ihr seht, ne? Also heute Kommt nix bei rum Heute ist Das funktioniert heute nicht Nächste Oh oh Interessant Alter, wo kommt die auf einmal her? Ich überleg grad, was wir mit der A Ne, komm, lass sein Gerade überleg, fliegen wir nochmal Aber Das läuft heute alles so Schlecht Das lassen wir lieber bleiben Deswegen machen wir jetzt etwas Was bei mir auch immer schlecht läuft Nämlich Artillerie Treffen mit der Artillerie Das ist beim Also ganz ehrlich Ich treffe mit der Mörser Echt öfter Ähm Als mit der Artillerie Ach, hey, die kommt nicht gut Hat einer von euch Hey, der fährt einfach weg Naja, okay, man wird sich schon drum kümmern Man kann ja nicht mehr schießen Gucken, was die machen Das kann sie ja keiner mit ansehen Tschüss Ach, das war der Funker, ne? Ach, ist das belastend Ausgerechnet der Funker Ach, komm Hier schon wieder Irgendwie ist das mit dem Hängt das mit dem Wasser zusammen Das da Seht ihr das Das weiße auf der linken Seite Jetzt hier Diese ganzen Oh oh Ja Diese Reflexion Habt ihr bestimmt gesehen Raphael, du bist wieder dran Dann setzen wir hier einen Spawn Auf der rechten Seite Auf der anderen Flussseite Oder mal tief Luft Dann rennen wir Ja Das hängt echt mit dem Wasser zusammen Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so war Aber es ist Es sieht auf jeden Fall sehr merkwürdig aus Wenn ich jetzt auf diesen Fluss dort runter gucke Er ist noch dieser weiße Streifen Das soll wahrscheinlich so Wasserbewegungen sein, weil das irgendwo Wellen schlägt oder so anscheinend Ne, an der Palme kann man es jetzt ganz gut sehen, ne? Ja Also ich bin da, aber das war vorher nicht Kann ich das kaputt schießen? Wow Da hängt erstmal einer drinnen, weißt du Den hab ich jetzt aber gesehen Also es läuft zwar so von meiner Seite aus nicht gut Was ich hier Was ich hier gerade so gameplaytechnisch abliefern, aber Immerhin spielt mein Immerhin spielt mein Team solide Punkt Es ist verhext Es ist halt wieder verhext Ich hätte jetzt einen Anfall bekommen, hätte der mich jetzt auch noch ausgeschaltet So, wir reparieren mal das Moped Kleben mal wieder die Palmblätter ordentlich an So, und los geht's Ne, falls da noch einer drinnen kommt Na komm Holen wir uns doch den letzten Punkt und beenden wir dieses Debakel hier heute Das sah aus, als würde er mit Granaten schmeißen wollen Das mag ich gar nicht Dreh dich Auf, 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 auf Ach komm schon Da hinten steht er ja Verzogen Gott sei Dank hab ich den kaputt gekriegt Ich glaub gar nicht, wie befriedigend das gerade war Ich glaub, hätte der mich jetzt auch noch ausgeschaltet So mit einem Wandel noch drin oder so Und so ein Last Bullet Luck Äh, dann hätt ich glaub ich direkt die Aufnahme gestoppt Ausgemacht Und heute keine Liste mehr angerührt oder so Das war noch einer Hey, lass dich mal abschießen Kannst du damit mal aufhören? Wow War das jetzt gerade ein Grafikfilter oder sollte das so aussehen? Ey, hat dich diesen Flammenwerfer-Dooten schon ordentlich einer reingedrückt? Motor beschädigt, okay Das ist schlicht Ich hab so das Gefühl, dass ich hier ein begehrtes Ziel bin Weiß auch nicht, woher ich Jetzt kommt der Nächste mit seiner Handkarte Der hört aber auf Wird ja gern aussteigen Und das Turm-MG verwenden, aber Wir sind uns alle einig, dass wir eine Doppinee Ey, Leute, mal im Ernst Wo seid ihr eigentlich? Ich binde hier die halbe Armee von denen Wo seid ihr? Die gucken wahrscheinlich alle zu, was ich hier mache Müssen hier mal ein bisschen weg Die Palmblätter haben Feuer gefangen Boah, ich bin erstaunt Was ich gerade alles ausgehalten habe So, das Ding ist durch Oh, ich wollte auf gute Arbeit Na, vergiss es Alter Ich bin ja immerhin erstaunt, dass wir es geschafft haben Und einen Sieg geholt haben 14.000 Punkte Yay Zeigen wir, was mir rumgekommen Platz 3 Ganz ehrlich, hab ich nicht erwartet Hatte ich wirklich nicht gedacht 2.831 Punkte Ja Ähm Warte mal Ich hatte doch vorhin noch das mit dieser Buffalo gehabt Na, hat die wirklich diese Antenne Ja, tatsächlich Das ist wirklich nur dafür da Das, um dieses Seil zu spannen Da müsste ich mich mal reinlesen Wofür das da ist Ich könnte mir jetzt Spontan würde ich sagen Das ist eine Antenne Na, jetzt kann man sie so ein bisschen Wo kann man es sehen? Hier Na, kann man, denke ich mal ganz gut erkennen Okay So Das war's für die heutige Folge Ich bin erstmal durch, glaube ich Äh, mit entlistet für heute Das Spiel hat mir gerade den Rest gegeben Wenn's euch gefallen hat Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da Und ich würd mich freuen Wer noch bei der nächsten Folge wieder einschaltet Also bis dahin Macht es gut Ciao